50 Milliarden Spam-Mails werden weltweit tagtäglich verschickt. Um diese E-Mail-Flut einzudämmen, aktualisieren Spam-Schutzhersteller wie G-Data alle 10 Sekunden ihre Filter. Der IT-Sicherheitschef Ralf Benzmüller weiß, woher ein Großteil der unerwünschten Mails kommt. Das sind definitiv keine Gelegenheits-Spammer mehr, sondern das sind kriminelle Profis, die mit ihren Spam-Aktivitäten sehr viel Geld verdienen. Die Großen der Branche verdienen dabei große 6-stellige Beträge pro Monat. Geld machen Spammer auf dreierlei Weise. Mit Datenklau, gezielten Infektionen von Rechnern und unerlaubter Werbung. Allein der Werbespam ist äußerst lukrativ, weil so viele Mails verschickt werden. Wenn ich z.B. 1 Mio. E-Mails versende und nur 0,1 % der Leute zurückmelden, dann ist das schon 1.000 Mal, wo ich was verkauft habe. Und wenn ich einen Produktpreis von 100 Euro dann umsetze, mache ich damit 100.000 Euro Umsatz in einer einzigen Kampagne. Immer raffinierter gehen Spammer vor, um mit Pishing-Mails Daten zu stehlen. Sie fälschen E-Mails bekannter Firmen nahezu perfekt und versuchen damit, die Empfänger auf täuschend echt wirkende Webseiten zu locken. Dort soll man dann seine Zugangsdaten eingeben. Doch wer das tut, schickt die Daten direkt zu den Betrügern. Es werden so viele Zugangsdaten gesammelt, wie es überhaupt nur geht. Bei E-Mail-Konten, bei Paypal, bei Bankenseiten, bei Spielen, bei sozialen Netzwerken. Also im Prinzip gibt es da fast überhaupt keine Grenzen mehr. Die frisch gestohlenen Daten werden dann in speziellen Untergrundforen zu Geld gemacht, wo es so ziemlich alles zu kaufen gibt, was illegal ist. Profi-Spam ist Teil einer gut organisierten Untergrundwirtschaft. Die Spammer arbeiten eng mit anderen Kriminellen zusammen. Vom Adresshändler kauft der Spammer massenhaft gestohlene E-Mail-Adressen. Versendet werden die Mails vom Botmaster, wie der Betreiber eines Botnetzes genannt wird. Solche Botnetze bestehen aus tausenden heimlich gekaperten Rechnern, die in kürzester Zeit millionenfach Spam verschicken können. Zur gezielten Infektion von Rechnern dienen wiederum Spam-Mails, die mit Schadsoftware verseucht sind. Um Rechner zu infizieren mit Spam-Mails, kann ich die Schaddatei direkt an die E-Mail dranhängen. Das ist aber mittlerweile die Ausnahme. Viel häufiger passiert, dass man auf eine Webseite geloggt wird, wo dieses Schadprogramm abgelegt ist. Wo gerade in diesem Moment auf der Welt solche Schadprogramme ausgeliefert werden, verdeutlicht diese animierte Karte. Die Größe dieser Viren-Symbole zeigt an, wie viele Leute auf diese Webseite gegangen sind. Das heißt, hier werden die meisten Schädlinge ausgeliefert. Aktuell gerade in San Francisco und eben hier in der Schweiz. An der Ruhr-Universität Bochum erforschen Wissenschaftler, wozu solche Schadprogramme in der Lage sind. In einem Experiment will IT-Spezialist Thorsten Holz zeigen, wie schnell der eigene Rechner Teil eines Spotnetzes werden kann. Mit einem einzigen Klick. Das ist eine Spam-Mail, die vorgibt, von DHL zu sein. Was allerdings jetzt im Hintergrund passiert, ist, dass der Angreifer schon Schadsoftware auf meinem Rechner ausführt. Ein normaler Nutzer merkt davon rein gar nichts. Nur durch eine Spezialsoftware wird sichtbar, was eigentlich passiert. Jetzt geht's los. Die Schadsoftware hat sich jetzt auf dem System eingenistet. Und jetzt wird sie auch im Netzwerk aktiv, dass sie versucht, bestimmte Mail-Server zu kontaktieren, CNC-Server zu kontaktieren und von dort dann einfach Befehle zu empfangen. In Sekundenschnelle wurde unser Rechner gekapert und hat sich in einen fernsteuerbaren Zombie-Computer, einen sogenannten Bot, verwandelt. Kontrolliert wird der Bot von mehreren Command-and-Control-Servern, kurz CNC-Servern, die ihm unentwegt Befehle erteilen und unseren Rechner nun selbst Spam verschicken lassen. Hier sehen wir jetzt, wie wirklich Spam-Mail verschickt wird. Und da können wir jetzt einfach mal eine Verbindung rausziehen. Und da sieht man dann, hier in rot, das ist dann die eigentliche Spam-Mail, die dann verschickt wird. Und in diesem Fall ist das so eine klassische Werbe-Spam-Mail. Aber wer steckt hinter dem Angriff auf unseren Rechner? Torsten Holz versucht, die Kontroll-Server des Bot-Netzes zu lokalisieren und stößt auf Server in China, Düsseldorf und der Ukraine. Das ist schon ein etwas professionelleres Bot-Netz, weil die Angreifer schon eine größere Infrastruktur aufgebaut haben. Sie haben also Server in verschiedenen Ländern gemietet und nutzen dann diese verschiedenen Server für verschiedene Aufgaben. Aber die Angreifer können genauso gut irgendwo in Russland, in den USA, in Südamerika sitzen. Bot-Netz-Control-Server abzuschalten ist eine Möglichkeit, die Spam-Infrastruktur zu schwächen. Damit der eigene Rechner nicht ungewollt Teil eines Bot-Netzes wird, hilft nur eines, Virenschutz und Betriebssystem immer aktuell halten und verdächtige Mails am besten gleich in den Papierkorb befördern.